yo leute willkommen zurück bei ct special forces beim letzten mal haben wir ja bei diesem dritten abschnitt aufgehört von der trockene wüste und jetzt geht es weiter leute ich wünsche euch noch viel spaß so go hat er schon gesagt so beim letzten mal habe ich ja den part kürzer gemacht weil ich denke jeder abschnitt ist schon lange und es geht sowieso nicht mehr lange und der typ ist da oben mit dem da ist er auch einer so der hat mich getroffen so muss ich gleich wieder wechseln so ich passe mal auf und verlieren wir das war gut ne ja wofür haben wir den flammenwerfer deswegen will ich das auch benutzen ich glaube ich will die tür jetzt schmelzen lassen ok ich glaube die bombe hat mich getroffen ich habe die granate gebrochen eine granate hier ist noch einer und wir haben noch ein seil bekommen leute ich glaube ich bin noch stehen ja sonst verlieren wir leben ich glaube ich bin noch stehen ja sonst verlieren wir leben oh mein gut also das war knapp hier ist noch einer ne oh das ist ja weg keine ahnung so ich passe mal mehr auf hier so den kann ich auch so erledigen ne ach schade geht das ich versuche mal ne geht nicht aber ich versuche mal das mal mit dem granat zu werfen ne komm ich benutze den so wir haben sowieso jetzt Leben wieder voll das ist gut da ist der typ wieder mit dem maschinengewehr so geht es auch den nehme ich mit brauchen wir ja so wo ist denn der seil ah da war der ah ich vergiss das jedes mal da wird er eins gedrückt ne so oh nein nicht dieser spaß wieder egal wir haben fünf Leben ne das ist das schwierigste überhaupt das ist schwieriger als glaube ich das eine da ne so geschafft das war knapp kommst du wieder mein freund alter okay das trifft gar nicht ich werfe jetzt ein granat ich nehme den flammenwerfer geht auch ist er tot boah ich hasse diese gegner da oben ne die nervig sind überhaupt die 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 oh man shit das wechseln da war noch ein maschinengewehr typ für das leben so So, den haben wir auch erledigt. Das ist noch einer. So, jetzt kommt wieder so ein Worst Kampf, ne? Ja, gegen den Typen, ne? Gegen Terroristen. Dann müssen wir noch gegen den und gegen den anderen, ne? Und das war's. Ja, wir können noch den nächsten Abschnitt noch machen. So, speichern. Ich glaube, der Abschnitt ist schon vorbei, ne? Jetzt kommt ein Mixerabschnitt. Der feindliche Dschungel, Abschnitt 1, genau. Wir haben das Trainingscamp der Terroristen entdeckt. Es befindet sich mitten im Dschungel. Es handelt sich um einen hochgefährlichen Einsatz. Die Spruch kenne ich, nur zu gut. Das Camp ist der Stützpunkt der gefährlichsten Mitglieder des Netzwerks und sein Chef ist ein besser Besessener. Mach ihn dingfest und vernichte alles. Trifft sich gut, Herr General. Ich wollte mich gerade ein paar Tage erholen. Verlassen Sie sich auf mich. Ich werde den Laden dicht machen. Und weiter geht's, Leute. Jetzt sind wir bei dem Dschungel. Ich glaube, der Abschnitt ist schwieriger als der andere. Weil die Abschnitte werden ja immer schwieriger deswegen. Schon bringen die Idioten wieder von der Ohne. Ja, ich habe keine Granate. Ich wollte auch eine Granate werfen, Leute, deswegen. Ich habe auch noch R1 gedrückt. So, die Granate behalte ich. Schade, dass wir unsere Munition wieder verloren werden. Zum Beispiel für den. Jo, wir haben jetzt auch Raketenwerfer, ne? Ja, zehn Stück. Die behalte ich, Leute. So, ich mache das auf diese Art. So. 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 der hat mich erwischt, ey. Scheiß Ding. Ja, der kommt jetzt wieder so ein Wagen. Ja, ich werfe mal meinen Schieß. Ja, komm, ich schieße zwei. Sogar drei hat gereicht. Perfekt. Leben nehme ich noch nicht. Hier darf ich noch kommen. Ah, jetzt, wir könnten jetzt, jetzt nehmen. Weil, wir müssen sowieso weiter. Und ich habe keinen Bock, jetzt die ganze auf die Herzen drin. Schade, ich bekomme den nicht. So geht's auch. Habe ich mir gedacht. Erstmal muss ich nie loswerden. Du warst dann knapp im Ausgewicht. Im Ausgewicht. Schade. So. Ich mache wieder so platt. Den habe ich nicht bekommen. Schade. Und so. Ich wurde mit. Boah, habe ich falsche Richtung. Ja, da unten sind noch welche. ich höre. Boah, der hat mich fast getroffen, ne. Yo. Nein. Egal, weil ich hier war, sowieso leben, aber trotzdem lasse ich das meistens. vom Ding sowas. So, ich gehe mir mal Leben holen. jedes Mal erwische mich. Ja, ja. das nehme ich jetzt noch nicht. So, den haben wir auch. Ey, ich habe den nicht getroffen. Gehe mir Leben holen. Wow. Das war knapp. So. Ich glaube, ich schieße den auch jetzt ab. Oh, den wollte ich eigentlich nicht so treffen, aber egal. Besser als Leben zu verlieren. Ja, 25, ne. Ich glaube, ich benutze das mal gleich. Nein, nicht da. Alter. Ich werfe mal daneben, ne. Ich hasse das voll. So, das Leben lasse ich da. Wenn wir uns treffen lassen, dann geben wir das wieder mal hoch. zum Beispiel so. Ah, wir haben das sowieso geschafft. Ja, komm. So, den Abschnitt haben wir auch, Leute. Aber, wie gesagt, das war es mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann geht es weiter mit der feindliche Dschungelabschnitt 2 weiter, Leute. Ich wünsche euch auch viel Spaß und Ciao.